Ja, das war gut, also wenn wir jetzt noch sein Fahrverstille im Netz hält, dann glauben wir, fühlt sich das noch besser an und sein Auto ist in noch weniger Bewegung drin. Ja, dann können wir in der nächsten Runde bitte mal Eingang machen. Ja, dann soll sich ruhiger aus, wunderbar, die andere Runde. Nein, das haben wir noch. Okay, dann können wir jetzt mal. Und der Oberkörper schön ruhig im Sitz lassen, den Oberkörper. Ja, und jetzt ist der Oberkörper, der hat uns geholfen, der hat uns geholfen, der hat uns geholfen. Ja, das ist der Oberkörper, der hat uns geholfen, der hat uns geholfen, der hat uns geholfen. Ja, das ist der Oberkörper. 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 Und nächste Fahrzeug. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, kommt schon ein bisschen Bewegung ins Auto. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, kommt schon ein bisschen Bewegung ins Auto. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, kommt schon ein bisschen Bewegung ins Auto. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, kommt schon ein bisschen Bewegung ins Auto. 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 Ah, kommt schon ein bisschen Bewegung ins Auto.